Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. In der letzten Einheit der Vorlesung zu den zivilrechtlichen Grundlagen des IT- und Internetvertragsrechts geht es noch einmal um künstliche Intelligenz. Das Thema hat uns schon in der allerersten Stunde beschäftigt. Da hatte ich versucht zu begründen, dass die Vermenschlichung von Systemen der künstlichen Intelligenz und die Zuerkennung des Status als Person sicher nicht die Lösung für die Probleme ist, die sich aus der Nutzung der künstlichen Intelligenz ergeben. Wir haben aber nicht abschließend die Frage erklärt, wie nun sich die Haftung für Fehlverhalten von künstlicher Intelligenz und sogenannten autonomen Systemen gestaltet. Das ist das Thema der heutigen Stunde. Wir werden uns nicht noch einmal mit den technischen Voraussetzungen der Verfahren der künstlichen Intelligenz im Einzelnen beschäftigen können. Wir sollten sich nur daran erinnern, was die wichtigsten Eigenschaften von solchen Systemen sind. Eine anerkannte einheitliche Definition von künstlicher Intelligenz besteht nicht. Man versteht darunter allgemein Systeme, die sich in gewissem Umfang autonom verhalten können, die also auf einen menschlichen Beobachter den Eindruck machen, dass sie ähnlich wie ein Mensch selbstständig Entscheidungen treffen. Letztlich könnte man sagen, künstlich intelligent sind fortgeschrittene Computersysteme. Konkret versteht man aber bestimmte Verfahren darunter, vor allem die Verfahren des sogenannten maschinellen Lernens. Dazu gehören Systeme mit neuronalen Netzen, aber auch die sogenannte Support Vector Machine. Allen diesen Systemen gemeinsam ist, dass sie letztlich auf statistischen Methoden beruhen und dazu führen sollen, dass sich die Systeme, die durch künstliche Intelligenz gesteuert sind, mit großer Wahrscheinlichkeit in komplizierten Fragestellungen richtig entscheiden. Das funktioniert immer so, dass man die Systeme mit großen Mengen von Input-Daten füttert und so lange an dem Mechanismus schraubt, bis in einer großen Zahl von Fällen richtige Output-Entscheidungen herauskommen, bis also zum Beispiel eine große Menge von Trainingsbildern mit Zahlen richtig erkannt werden und man hofft dann, dass auch unbekannte Bilder mit Zahlen richtig erkannt werden und man somit ein System geschaffen hat, das handgeschriebene Zahlen erkennen kann. Beispielsweise in ähnlicher Weise trainiert man Systeme, die autonom fahrende PKW steuern, so dass sie Hindernisse erkennen, Straßenschilder richtig erkennen und so weiter. Wichtig ist, immer sind es letztlich statistische Verfahren. Man füttert die Systeme mit Input-Daten und prüft dann, ob für die Input-Daten die richtigen bekannten Output-Entscheidungen getroffen werden und dann lässt man die Systeme auf unbekannte Daten in unbekanntes Terrain los und hofft, dass sie auch da die richtigen Entscheidungen treffen. Immer ist es so, dass diese Systeme für den Benutzer eine sogenannte Black Box, ein schwarzer Kasten sind. Das heißt, er sieht, welche Input-Reize hineinkommen und welcher Output dadurch generiert wird. Er kann aber im Einzelfall nicht nachvollziehen, warum eine bestimmte Entscheidung betroffen wird. Und die Entscheidung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig. Sie lässt sich aber im Einzelfall, anders als bei einer herkömmlichen Wenn-Dann-Programmierung, nicht vorhersagen. Also ein klassischer Computer ist in der Weise programmiert, dass gesagt wird, wenn der und der Input-Reiz, dann die und die Reaktion. So funktionieren die Verfahren des maschinellen Lernens nicht, sondern man kann nur sagen, für bestimmte Input-Reize kommt wahrscheinlich eine angemessene Output-Reaktion heraus. Warum diese Entscheidung im Einzelfall fällt und wie sie ausfällt, lässt sich nicht sicher vorhersagen. Insofern lässt sich auch das 100% fehlerlose Funktionieren eines solchen Systems nicht programmieren und nicht vorhersagen. Die Probleme liegen nun auf ganz verschiedenen Ebenen und nicht alle sind Gegenstand der heutigen Stunde. Wir haben kennengelernt den Satz, dass Daten der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts sind. Das liegt daran, dass Daten der Treibstoff der künstlichen Intelligenz sind. Für das Training der künstlichen Intelligenz braucht man große Mengen von Daten. Darum sind Daten so wertvoll. Und mit der Verwendung von Trainingsdaten verbinden sich deswegen die Fragen, die zum Teil Gegenstand des Datenschutzrechts sind und die wir zum Teil kennengelernt haben in der Einheit über Daten als Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Also die Frage, welche Daten dürfen verwendet werden? Bekommt derjenige, der Daten zur Verfügung stellt, dafür eine Entschädigung? Kann er Eigentum an seinen Daten oder ein Herrschaftsrecht an seinen Daten gelten machen? Und so fort. Heute werden wir diese Fragen nicht nochmal aufwerfen, sondern uns mit der Output-Seite beschäftigen. Da stellt sich die Frage, wem sind nun die Entscheidungen einer solchen KI, die scheinbar autonom fallen und jedenfalls nicht wirklich nachvollziehbar sind, zuzurechnen. Es kann sich im Positiven stellen für die Arbeitsprodukte der KI. Es gibt Systeme der künstlichen Intelligenz, die sehr beeindruckende Werke schaffen, zum Beispiel Gemälde oder auch Gedichte, die wirklich für Menschen beeindruckend sind. Dann stellt sich die Frage, kann daran Urheberrechtsschutz bestehen und wem stehen die Urheberrechte zu? Auch das ist nicht das Thema der heutigen Stunde, sondern die negative Frage. Wenn solche Systeme falsch entscheiden, wenn sie Schäden anrichten, wer haftet dann für diese Schäden? Nur diese Frage soll uns heute beschäftigen. Weil wir vieles schon in der allerersten Einheit besprochen haben, gehen wir gleich an den ersten Fall. Das ist der Fall, der wirklich so passiert ist mit der Firma Microsoft. Die hat einen Chatbot, also einen computergesteuerten Twitter-Account eingerichtet, der an Konversationen auf Twitter teilnehmen sollte und der trainiert war mit Hilfe von Gesprächsdaten aus sozialen Netzwerken und gelernt haben sollte, sich angemessen zu behalten, angemessene Antworten auf Chat-Anfragen zu finden und so weiter. Außerdem war das System so programmiert, dass es bei dem Betrieb weiterlernen sollte, also aus den Konversationen, die es live im Netz führte, weiterlernen sollte, was angemessene und sinnvolle Antworten sind. Leider war es nun so, dass die Nutzer alsbald üble Späße mit diesem Bot getrieben haben und ihn eben mit rassistischen, beleidigenden Aussagen aller Art konfrontiert haben. Und weil das System eben selbstlernend war, weiterhin lernen sollte, kam es dazu, dass das System selbst den Umgangston annahm, den es von seiner Umgebung lernte und alsbald anfing, Verschwörungstheorien und rassistische Beleidigungen von sich zu geben. Einige Beispiele dafür, was dabei herauskam, habe ich hier unten abgedruckt. Man kann also sehen, dass das ziemlich widerwärtig war, was dieser Account von sich gegeben hat. Er wurde dann auch bald vom Netz genommen. Nehmen wir nun an, wir haben einen Nutzer T, der konkret von diesem Bot rassistisch beleidigt wird und sich fragt, ob er deswegen Ansprüche gegen den Betreiber geltend machen kann. Was kommen da für Ansprüche in Frage? Sie können, wenn Sie wollen, an der Stelle kurz stoppen und sich das selber fragen. Zunächst mal können wir prüfen, einen Unterlassungsanspruch. Kann also der Nutzer T verlangen, dass der weitere Betrieb dieses Bots, der ihn beleidigt, eingestellt wird? Das wäre ein Anspruch analog § 1004 BGB, gestützt auf eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch die rassistischen Beleidigungen. Beleidigungen. Da es hier um Beleidigungen geht und nicht um Tatsachenbehauptungen, wäre ein Widerrufsanspruch wohl nicht gegeben. Daneben käme auch ein Anspruch aus § 823 Absatz 1 auf Schadenersatz wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Frage, da wohl ein materieller Schaden nicht entstanden ist, käme nur ein Anspruch auf eine billige Geldentschädigung in Betracht entsprechend der Herrenreiterrechtsprechung des BGH, die ja am Gesetz vorbei entgegen dem Wortlaut von § 253 BGB bei schwerwiegenden Verletzungen des Persönlichkeitsrechts eine Geldentschädigung ermöglicht. Vorsätzliches Verhalten der Firma M kommt hier nicht in Betracht, die hat ja nur den Bot in Betrieb genommen. Insofern müssen wir das nicht prüfen. Wir wollen auch fürs Weitere entgegen den Tatsachen davon ausgehen, dass M ein Einzelkaufmann ist, sodass wir uns nicht mit der Frage einer Haftung für Organe nach § 31 BGB oder für Erfüllungsgehilfe nach § 831 BGB herumzuschlagen brauchen. Ja, prüfen wir zunächst mal den Unterlassungsanspruch aus § 1004 BGB. Üblicherweise nennt man da § 823 Absatz 1 analog dazu, um zum Ausdruck zu bringen, dass es hier nicht um den Anspruch auf Unterlassung von Eigentumsstörungen geht, sondern um das § 1004 analog anzuwenden ist auf jede Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts nach § 823, einschließlich der dort genannten sonstigen Rechte, dass also für jede Rechtsverletzung, die, wenn sie schuldhaft begangen wird, einen Schadensersatzanspruch nach sich ziehen könnte, auch ein negatorischer Anspruch besteht, ein vorbeugender Anspruch auf Unterlassung und ein Anspruch auf Beseitigung von Störungen. Hier ging es also darum, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht des T verletzt ist, dass das der Fall ist durch rassistische Beleidigungen, können wir voraussetzen. Sie sollten wissen, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein sogenanntes Rahmenrecht ist und deswegen allein aus der Tatsache, dass das Recht betroffen ist, sich keine rechtswidrige Verletzung des Rechts ergibt. Das muss im Rahmen einer umfassenden Güterabwägung festgestellt werden. Hier können wir aber davon ausgehen, dass rassistische Beleidigungen des T eine rechtswidrige Persönlichkeitsverletzung darstellen. Solange dieser Bot im Betrieb ist, wird man auch die Wiederholungsgefahr bejahen können, sodass der Anspruch unproblematisch gegeben ist. Der letzte Prüfungspunkt wäre der, ob M Störer ist. Wenn M den Bot programmiert und in Gang gesetzt hat und trainiert hat, ist M Verhaltens- und auch Zustandsstörer, sodass dieser Anspruch ohne große Probleme durchgeht. Von Verschulden ist er gar nicht abhängig. Also dieser Anspruch ist ohne weiteres gegeben. M muss es unterlassen, diesen Bot weiter zu betreiben, solange er solche Beleidigungen von sich gibt, solange man nicht technisch dagegen ein Mittel findet. Prüfen wir dann die Frage, ob auch eine Anspruch auf Geldentschädigung vorliegt. Wie gesagt, wir gehen davon aus, M ist ein einzelkaufmännisches Unternehmen, auch wenn das bei der Firma Microsoft natürlich nicht der Fall war, und gehen deswegen davon aus, dass M als natürliche Person selbst gehandelt hat, dass wir keine Probleme mit der Zurechnung des Fehlverhaltens an eine juristische Person, an eine Gesellschaft haben. Eine Rechtsgutverletzung können wir bejahen, entsprechend dem oben Gesagten. Die Handlung des M, die diese Rechtsgutverletzung verursacht hat, ist das Scharfschalten und Online-Stellen des Bot. Kausalität zwischen der Inbetriebnahme des Bot und der Persönlichkeitsverletzung ist natürlich gegeben. Die Rechtswidrigkeit ist zu bejahen, wie eben festgestellt. Und auch das Verschulden des M lässt sich prüfen. Dabei kommt es jetzt auf verschiedene Dinge an. Man könnte sagen, es ist von vornherein schuldhaft, einen solchen KI-gesteuerten Bot ins Netz zu stellen, der eben nicht 100% steuerbar ist. Das würde aber vermutlich zu weit gehen. Auch sonst ist es ja nicht unzulässig, geringe Risiken einzugehen und technische Geräte trotz der Möglichkeit, dass sie versagen, zu verwenden. Bei anderen technischen Geräten haben wir nicht dieses probabilistische Verhalten, aber auch bei anderen technischen Geräten ist es so, dass sich derjenige, der sie in Betrieb nimmt, auf ihre Funktionsfähigkeit verlassen muss, obwohl er nicht 100%ig sie garantieren kann, obwohl er nicht alle Systeme selbst geprüft haben kann. Und deswegen würde man sagen können, wenn M mit einem solchen Verhalten nicht rechnen musste, muss das nicht allein deswegen, weil sich das die KI probabilistisch verhält, schuldhaft sein. Hier wird es allerdings so sein, dass man sagen kann, dass die Input-Daten die Output beeinflussen. Das weiß man sehr genau. Und insofern kann man auch sagen, wenn rassistische Beleidigungen so einem Bot entgegengeschleudert werden, wird er das auf die Dauer wiederholen, wenn er zum Selbstlernen programmiert ist. Und insofern wird man sagen können, spätestens in dem Moment, wo das anfing, konnte M absehen, dass es dazu kommen würde, dass der Bot selber rassistische Beleidigungen von sich gibt. Und dann hätte er sofort vom Netz genommen werden müssen. Insofern wird man hier wohl ein Verschulden durch den Weiterbetrieb des Bot bejahen können. Man könnte sich auch auf den Standpunkt stellen, es war von vornherein absehbar, dass so etwas passieren könnte. Und insofern hätte der Bot nie ungefiltert ohne irgendeine Vorfilterung des Trainingsmaterials oder des Outputs ans Netz gehen dürfen. Es stellt sich dann die Frage nach der Rechtsfolge. Die Geldentschädigung an 253 vorbei wird nach der Rechtsprechung nur bei schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzungen bezahlt. Eine rassistische Beleidigung ist zweifellos schwerwiegend. Hier wird sie allerdings von einer seelenlosen Maschine, die auch nicht wirklich Missachtung kundgeben kann, abgegeben. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass das eine Verringerung der Verletzung und der beleidigenden Wirkung ausmacht. Insofern ließe sich vielleicht auch vertreten, dass eine Geldentschädigung hier nicht bezahlt wird. Letztlich müsste man die konkreten Umstände dafür näher kennen. Wir sehen aber, in diesem Fall besteht keine Haftungslücke. Es gibt jedenfalls eine Unterlassungshaftung. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Geldentschädigung zu beanspruchen. Allerdings nur unter der Prämisse, dass wir das Verhalten von M konkret schuldhaft finden. Allein die Tatsache, dass M ein KI-gesteuertes System als Netz gelassen hat, wird man nicht als schuldhaft ansehen können, wenn ein Fehlverhalten hinreichend unverständlich wahrscheinlich war. Das heißt, wenn die Trainingsdaten hinreichend geprüft waren und auch das Verhalten des Systems hinterher genug getestet war. Gehen wir gleich über zum zweiten Fall. Auch dies ist ein Fall, der wirklich passiert ist, obwohl ja vieles in der künstlichen Intelligenz noch Zukunftsmusik ist. Hier geht es um einen Autounfall. Den Fall haben wir schon besprochen in der ersten Einheit, als wir über die E-Personen gesprochen haben. Hier ging es also um einen Pkw, wie er schon heute existiert, der zwar nicht komplett autonom fährt, aber eine Bremsautomatik hat, wenn er ein Hindernis erkennt. Hier hat nun der vordere Pkw, der Pkw der T, anlasslos in einem Tunnel in München ein Hindernis zu erkennen vermeint und plötzlich abgebremst, sodass es zu einem Auffahrunfall kam, weil die dahinterfahrende Autofahrerin O das nicht rechtzeitig gesehen hat und deswegen aufgefahren ist. Die Frage jetzt, kann O wegen dieses unvermittelten und unveranlassten Bremsmanövers von T Schadensersatz verlangen? Schauen wir uns da die Anspruchsgrundlagen an, dann fällt natürlich in erster Linie 823 Absatz 1 ins Auge, aber es ist auch gleich klar, dass dieser Anspruch nicht besteht, weil er am Verschulden der T scheitern wird. Wenn T so einen Pkw fährt, der für den Straßenverkehr zugelassen ist mit einem Bremssystem, das als verlässlich gilt, dass jedenfalls der T keinen Anlass gibt zum Zweifeln, dann kann man es T nicht vorwerfen, dass sie so ein System einschaltet und dass es dann auch zu der Bremsung kommt. Da wird also am Verschulden die Haftung der T schaltern, aus 823 genauso wie aus 18 StVG die Fahrerhaftung. Anders ist es mit der Halterhaftung nach § 7 StVG, denn das ist eine verschuldensunabhängige Haftung des Halters. Und wenn wir voraussetzen, T ist nicht nur Fahrerin, sondern auch Halterin des Autos, dann sind die Grundvoraussetzungen gegeben. Es ist ja auch beim Betrieb des Kraftfahrzeugs zu einer Sachbeschädigung gekommen. Damit sind die Voraussetzungen des § 7 schon gegeben. Ein Anspruchsausschluss wegen eines unabwendbaren Ereignisses kommt nicht in Frage. In Betracht kommt hier nur noch die Kürzung des Anspruchs wegen Mitverschuldens. Und da besteht nun die Besonderheit, dass nach § 17 Absatz 2 die Betriebsgefahr der beteiligten Pkw anspruchskürzend bewertet werden kann, aber auch ein Verschulden einer Seite. Hier ist es ja so, die O trifft wohl ein echtes Mitverschulden. Sie ist ja die Geschädigte, aber sie ist aufgefahren. Und wer auffährt, hat in der Regel zumindest einen Teilverschulden an einem Unfall, weil man normalerweise so viel Abstand halten muss, dass man jederzeit bremsen kann. Dieses tatsächliche persönliche Verschulden der O ist ja also abzuwägen gegen die bloße Betriebsgefahr der T. In dieser Abwägung wird man aber berücksichtigen können, dass die T sich eben so einem autonomen System anvertraut hat und wird jedenfalls nicht zu einer vollständigen Kürzung des Anspruchs kommen, sondern zu einer teilweise Ersetzung, je nachdem, wie das Gericht das beurteilt. Meines Erachtens wäre es hier zu erwägen, die Betriebsgefahr als erhöht anzusehen, dadurch, dass einer solchen AI die Steuerung teilweise überlassen wurde. Jedenfalls wird es zu einem Ausgleichsanspruch kommen. Es sind schon Vorschriften in der SDVO, die autonomes Fahren vorsehen. Die spielen hier aber zunächst mal gar keine Rolle. Schon die herkömmlichen Vorschriften der SDVO und des SDVG benügen, um eine Haftung zu begründen, weil es eben diese verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung im SDVG bereits gibt. Damit wird auch in diesem Fall für einen wohlgerechten Ausgleich gesorgt werden. Schauen wir uns jetzt den dritten Fall an. Auch der ist schon von unserem ersten Arbeitsblatt bekannt. Hier geht es um etwas, was zwar wohl erprobt wird, aber noch in Deutschland nicht flächendeckend üblich ist. In anderen Ländern ist das etwas anders. Ein Pflegeroboter, der in einem Seniorenheim zur Bedienung der Senioren eingesetzt wird und nun beim Servieren eines Getränks eine Vase umstößt, die einem Heimbewohner gehört. Frage auch hier. Welche Haftungsfolgen ergeben sich, bekommt C nun vom Heimbetreiber Ersatz für seine Vase? Wir prüfen also einen Anspruch des C gegen den Heimbetreiber B auf Schadensersatz für die Vase. Und weil der B ja auf vertraglicher Grundlage in dem Heim wohnt, ist in erster Linie ein Anspruch aus 280 BGB auf Schadensersatz wegen Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis zu prüfen. Für diesen Anspruch ergibt sich nun, wir haben natürlich ein Schuldverhältnis, nämlich diesen Heimvertrag. Der ist speziell geregelt im Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, also außerhalb des BGB, ist aber prinzipiell ein Vertrag bürgerlichen Rechts. Man wird auch sagen können, dass hier eine Pflicht verletzt ist, nämlich die Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Rechtsgüter des C. Wenn die Vase des C zerstört wird, die Frage ist aber, wie es mit dem Verschulden aussieht. Das Verschulden wird ja vermutet bei 280 BGB, nach 280 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit 276. Die Frage ist, wird sich C vom Vorwurf, dass er selbst schuldhaft gehandelt hat, indem er diesen Roboter eingesetzt hat, entlasten können? Das kommt durchaus in Betracht. Auch hier kann man sich fragen, ist es vielleicht schon schuldhaft, so einen Roboter überhaupt einzusetzen, also ein AI-gesteuertes System, das sich nur wahrscheinlich, aber nicht sicher immer richtig verhält. Bei einem hinreichend getesteten System wird man aber wieder davon ausgehen können, dass nicht allein die Tatsache, dass man so ein System zur Hilfe ruft, schuldhaft ist. Und dann wird, wenn der Roboter eben nicht konkret fehlerhaft bedient wurde oder so etwas, eine einmalige Fehlleistung im Rahmen dieses probabilistischen Verhaltens nicht dem B als Verschulden zuzurechnen sein. Und entsprechend dem, was ich in der allerersten Einheit begründet hatte, wird man auch nicht 278 BGB anwenden können, um ein Verschulden des Roboters dem B zuzurechnen, denn der Roboter ist keine Person, ist auch nicht teilrechtsfähig und deswegen ist 278 auf ihn nicht anwendbar. Wenn wir das Verschulden verneinen, wenn wir sogar der Meinung sind, der Entlastungsbeweis im Rahmen des 280 Absatz 1 Satz 2 wird B gelingen, brauchen wir 823 BGB gar nicht prüfen und wir brauchen uns auch hier keine Frage stellen, ob der Roboter vielleicht als Verrichtungsgehilfe anzusehen ist, sodass ein Anspruch aus 831 drin wäre. Wenn Sie meiner Argumentation aus der ersten Stunde folgen, kommt das ohnehin nicht in Betracht. Hier würde aber die Anwendung von 831 auch nichts nützen, sondern nur § 278 BGB würde dem C zu einem Anspruch verhelfen. Damit erweist sich, dass wenn der Roboter eben hinreichend getestet und korrekt eingesetzt war, der C keine Ansprüche gegen B aus 280 BGB hat. Übrig bliebe dann die Möglichkeit, dass C Ansprüche gegen den Hersteller dieses Roboters hat. Die könnten sich aus 823 Absatz 1 oder aus Produkthaftungsgesetz ergeben. Beides unter der Voraussetzung, dass das Produkt einen Fehler hat. Und wieder wird man sagen müssen, allein die Tatsache, dass ein Produkt auf den Markt gebracht wird, das sich probabilistisch verhält, wird man einen Produktfehler nicht herleiten können. Wenn also alles hinreichend getestet und richtig geschult wurde und es hier so um ein einmaliges Versagen geht, kann sich hier eine Haftungslücke ergeben, weil nämlich dann auch kein Anspruch gegen den Hersteller zu bekommen. Meines Erachtens ist die Lösung trotzdem richtig. Man kommt an ihr wohl nur vorbei, wenn man jetzt tatsächlich den Roboter irgendwie als teilrechtsfähig ansieht und dann eben dazu greift, 278 BGB anzuwenden. Dagegen spricht, um es nochmal zum Schluss dieser Veranstaltung zu betonen, dass eben auch andere Systeme letztlich für den Benutzer eine Blackbox sind. Das sind auch herkömmliche Maschinen. Die verhalten sich zwar nicht probabilistisch, die kann man so konstruieren, dass sie sich unfähbar richtig verhalten. Aber ob das im Einzelfall geschehen ist oder ob ich eine Maschine vor mir habe, die in irgendeiner Weise fehlerhaft konstruiert ist, die vielleicht einen einmaligen Herstellungsfehler hat, das kann ich als Benutzer nicht wissen. Insofern setze ich auch da Gegenstände als Blackbox ein. Und es kann auch Fälle geben, wo ein Produkt einen Schaden verursacht, ohne dass ein Produktfehler vorliegt, ohne dass der Hersteller haftet und ohne dass irgendwer anders haftet. Beispiele aus einem ganz anderen Bereich. Vor einigen Jahren hat das OLG Köln festgestellt, dass jemand für einen Gebissschaden, den er sich beim Genuss einer Tafel Schokolade zugestellt hat, keinen Ersatz bekommt, weil es sich eben um einen unvermeidlichen Vorfall hier handelte, dass ausnahmsweise eine überharte Erdnuss in so einem Schokoriegel enthalten war. Es ist bei der ganzen Diskussion auch zu berücksichtigen, dass wir erwarten können, dass die künstliche Intelligenz, wenn sie die Wartung erfüllt, die wir derzeit in sie setzen, insgesamt die Sicherheit verbessern und die Schäden für die Allgemeinheit verringern wird. Auch deswegen ist es nicht angängig, wegen irgendwo ausnahmsweise denkbarer Haftungslücken unser Haftungssystem über Bord zu werfen und zum Beispiel 278 BGB ausdehnend anzuwenden. Es ist auch wahrscheinlich nicht geboten, nun schlechthin eine neue Gefährdungshaftung einzuführen, so wie es im Straßenverkehr gibt, für alle Fälle von künstlicher Intelligenz. Dagegen spricht schon, dass sich so schlecht abgrenzen lässt, was künstliche Intelligenz ist und was nicht. Ich denke, dass wir mit kleinen Haftungslücken letztlich leben können, so wie wir das auch bei anderen Technologien getan haben. Und nochmal, seit der industriellen Revolution, als die Menschen in großen Zahlen zum Beispiel gestorben sind, weil Dampfkessel geborsten sind, ist das Leben sehr viel sicherer geworden. Die Haftungsrisiken sind im Ganzen nicht größer, sondern kleiner geworden. Auch deswegen sollte man nicht wegen der denkbaren Möglichkeit einer Haftungslücke sofort nach gesetzlichen Änderungen oder einer neuen Systematik rufen. Die allermeisten Fälle werden von unserem Haftungsregime ausreichend gelöst. Damit sind wir am Ende dieser Vorlesung. Es wird noch ein Video geben zur Auflösung der letzten Wiederholungsfrage. Das kommt wahrscheinlich erst morgen im Laufe des Tages. Justitia mit dem Laptop verabschiedet sich trotzdem schon hier mit einem Winken. Mir hat das viel Freude gemacht. Es war zugegebenermaßen auch ein bisschen anstrengend. Und deswegen verhaspele ich mich jetzt vermehrt. Es wird auf diesem Kanal auch weiter Videos geben, auch zum Thema IT-Recht, aber jetzt in den Semesterferien jedenfalls nicht ganz regelmäßig. Bleiben Sie dabei, bleiben Sie bei der Juristerei, bleiben Sie gerne auch bei diesem Kanal. Ich werde bald ankündigen, was es an neuen Videos gibt. Für heute vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.